hallo meine lieben und herzlich willkommen zum neuen orakel hier bei mir bei michael ich freue mich dass du dabei bist und ja wir schauen auch direkt mal hinein nämlich was ist seine botschaft an dich ja und das wollen wir einfach uns mal anschauen das können wir relativ gut kann ich das über verschiedene karten auch sehen ja so und da haben wir erst mal jetzt eine karte gezogen aus den engelkarten heraus ja es ist auch so dass das natürlich über ein teil einfühlungsvermögen geht ja was was ich an den tag legen über meine fähigkeit meine gabe aber natürlich auch über dann auch natürlich die die karten also wir haben den purpuren engel hier liegen l'ange grasson und das ist etwas oder eine karte wo ich sagen muss es ist wirklich so dass hier gerison das ist die heilung er sagt er möchte hier sein seelenheil mit dir erreichen sein seelenheil möchte er erreichen sei er möchte jetzt in diese verbindung heilung bringen also das ist schon mal so der erste der erste hinweis ja und wir schauen jetzt rein er weiß dass er sehr vieles falsch gemacht hat ich habe vieles falsch gemacht dennoch spüre ich auch dass wir auch mental und dem geiste miteinander in der verbindung stehen für mich sind werte sehr wichtig auch dass ich jetzt in die stabilität mit dir finde in die stabilität einer gemeinsamkeit eines zu hauses auch wenn sich hier immer wieder leute in den weg gestellt haben und ich mir selber im weg gestanden bin es wird jetzt werde ich beständig sein ich bringe jetzt eine klare linie hervor und das ist mein geschenk an dich das ist das was hier erst mal an klarer botschaft von ihm kommt ja was hier getragen ist wir nehmen jetzt noch mal die zweiten karten dazu weil ich mich ebenfalls in die sehr gut einfüllen kann dafür in diese botschaft ich weiß ich habe deine hoffnungen sehr oft enttäuscht gerade in der letzten zeit dennoch ist das thema stabilität und partnerschaft für mich wichtig auch möchte ich dir treu an der seite sein und meine liebe konstant zeigen ich werde jetzt den schritt tun und alles verändern das ist die klare botschaft die hier kommt und die könnt ihr übrigens auch bei whatsapp bekommen die botschaft an ihm ihr seht es ist nicht so lange das video und die könnt ihr also per sprachnachricht auch bekommen da könnt ihr mich gerne anfragen dazu die whatsapp nummer ist unten drin ansonsten stehe ich natürlich die woche für beratungen für euch bereit meine lieben ja ich fand es ist eine sehr schöne botschaft gewesen weil man wirklich auch sieht es kam so von seiner seite das gefühl auf dass er wirklich sich auch ein stück weit schuldig fühlt da und hier jetzt einfach daran arbeiten möchte und das ist doch schon mal ein ganz 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 wichtiger punkt glaube ich denn viele von euch sind dann natürlich auch immer in der in dieser schwebe situation drin und vielleicht hilft euch diese botschaft auch raus und wie gesagt die gibt es persönlich für euch auch bei whatsapp das ganze dann immer für 30 euro und ja könnt ihr mich gerne anschreiben ich blende auch jetzt mal die whatsapp nummer hier direkt ein und freue mich wenn euch das video gefallen hat bis dahin tschüss bis dahin tschüss